Was ist das für die Pressekonferenz? Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie des siebten Spieltags in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen Medi Barot und dem Basketball Löwen aus Braunschweig. Unsere Gäste aus Niedersachsen gewinnen 77 zu 76 vor 2714 Zuschauern. Ich darf den Head Coach der Braunschweiger Jesus Ramirez recht herzlich begrüßen. Können Sie Ihren Staten an den Spiel bitte? Ja, ich muss mich begrüßen an Bayreuth auf der gleichen Ebene wie ich begrüßen an meine Spieler. Ich glaube, sie waren mehr physikalisch als ich. Ich glaube, sie waren besser als wir. Ich glaube, sie waren besser als wir. Ich glaube, sie waren besser als wir. Oder immer mehr als wir, während alle vier Quartiers. Aber dann waren sie sehr konstant. Und wir haben das nicht gemacht. Ich glaube, sie waren sehr ehrlich. Ich glaube, sie waren sehr ehrlich. Und sie waren sehr ehrlich. Und sie waren auch sehr ehrlich. Aber das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, dass wir die Spiele erreichen wollen. Ich glaube, ich habe nicht überzeugt meinen Spielern in den drei Wochen, dass wir die Freunden haben. Wir müssen mehr als die anderen. Wir müssen besser als die anderen. Wir müssen immer mehr als die anderen arbeiten. Wir müssen immer arbeiten für die beste shot. Wir müssen machen Dinge, wie wir arbeiten. Wir müssen in drei Wochen 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 arbeiten. Und dann, wenn wir die Adrenalin kommen, wenn wir die Räfrieren kommen, wenn wir die Offizie sehen, dann wir vergessen, dass wir die Arbeit nicht mehr machen. Wir spielen und machen Dinge, dass wir nicht gut sind. Das ist die Wahrheit, dass wir ein großer Erfolg haben, dass wir nicht kontrollieren. Wir sehen uns die Bedürfnisse. 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 wie wir die Bedürfnisse in der richtige Richtung gehen. Und wir gehen nach Hause mit dem ZDF. Wir sind natürlich glücklich, aber es ist nicht der Weg. Und die letzte Sache, und die wichtigste Sache ist, ist die Bedürfnisse für Södig. Södig ist ein nigerer Spieler, den ich in Hungary schon seit Jahren, der war erster Morgen. Er war ein Wörter. Das ist ein Wörter für ihn. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Head Coach von Midi Baro, zu Lars Marcel. Lars, sehr, sehr knappes, unglückliches Spiel hinten raus. Dein Statement zu dieser Partie? Erstmal Glückwunsch an Braunschweig und Coach Ramirez. Wir wussten, dass es eine sehr hart umkämpfte Partie werden würde. Und dass sie an den Rebounds entschieden wird. Und wir haben im letzten Viertel sieben Offensiv-Rebounds abgegeben. Ich denke, das war der Schlüssel für Braunschweig zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass wir ein schlechtes Spiel gingen. Ich glaube, ein spannendes Spiel, gutes Spiel. Unser Problem waren wirklich die Rebounds. Es ist jetzt eine harte Niederlage. Mit der müssen wir umgehen. Und weiter nach Braunschweig. Gibt es Fragen an Lars Marcel? Auch keine? Dann schließen wir die Börsekonferenz. Danke.